Moin moin und hallo. Herzlich willkommen zu Game Two. Heute blicken wir mit Schrecken auf ein Sequel namens Little Nightmares 2, dessen Name wahrscheinlich wieder leicht untertrieben sein dürfte. Außerdem gibt es mal wieder einen Wii U-Port zum Vollpreis für die Switch. Dieses Mal war Nintendo aber in Spindier-Laune und hat auf Super Mario 3D World glatt noch ein neues Abenteuer namens Bowser's Fury obendrauf gepackt. Ob sich das Ganze lohnt? Hm, jetzt erfahrt ihr's. ARD Text im Auftrag von Funk Mr.Kurowski, haben Sie aber schon ganz schön in Schlamassel geritten, ne? Ich mein, Sie befinden sich noch auf Bewährung für Super Mario 3D Allstars und jetzt schon wieder so ne olle Nintendo-Kamelle zum Vollpreis gekauft. Ich mein, Sie wissen schon, dass das strafbar ist, oder? Ja, aber ich hab Super Mario 3D World nie auf der Wii U gespielt. Ich dachte, ich könnte das jetzt auf der Switch einfach nachholen. Super Mario 3D World bietet einfach eine tolle Mischung aus Retro und Moderne und lässt sich fast als eine Art Best-Opfer stehen. Nehmt zum Beispiel die vier verschiedenen Charaktere Mario, Luigi, Peach und Toad. Ähnlich wie in Super Mario Bros. 2 besitzen sie alle eigene Besonderheiten. Luigi kann höher springen, Peach wirbt ein bisschen in der Luft und Toad ist besonders flott. Mario fungiert als Allrounder, wie immer. Angelehnt an Super Mario Bros. 3 manövriert man über eine Oberwelt und hüpft von da aus in die Level. Klassischer Mario Bros. Kram eben. Was witzig ist, weil der Name Super Mario 3D World ja eher Verbindungen zum SNES-Klassiker vermuten lässt. Auf der anderen Seite werden einige Elemente in die Neuzeit katapultiert. Viele Sprungtechniken stammen aus Super Mario 64. Die versteckten optionalen grünen Sterne wurden aus Super Mario Galaxy 1 und 2 übertragen. Das alles wird in eine schnuckelige 3D-Optik verpackt, die wie schon in Super Mario 3D Land auf eine semifeste Kamera setzt. Was Super Mario 3D World damals schon und heute jedoch so hervorhebt, ist die Scheremenge an zu Tage kommender Kreativität. Fast jedes Level besitzt ein spezielles Thema oder einen unterhaltsamen Kniff. Aber keine Idee überbeansprucht eure Zeit. Es gibt sogar ein Mario-Kart-Level und ihr könnt das Spiel auch komplett im Multiplayer mit bis zu drei weiteren Personen spielen. Jetzt sogar nicht nur Couch-Koop-Style, sondern auch übers Internet. Ach, bevor ich's vergesse, Captain Toads Diorama-Erkundungstouren feierten hier ja ebenfalls ihre Premiere. Daraus entstand ja später ein eigenes Spin-off. Das alles macht die Rettung der von Bowser gekidlappten Feen zu einer wirklich exzellenten Abenteuer-Wundertüte. Dann sind sie ja noch naiver als ich dachte. Ich mein, haben sie wirklich überhaupt gar nichts gelernt aus der Vergangenheit, oder wie? Super Mario 3D All-Stars, Pikmin 3 Deluxe, New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe. Nintendo handelt nach bekannte Muster, alte Spiele für Vollpreis noch mal auf die Nintendo Switch zu packen. Und sie tappen blind in die Falle. Schauen sie sich Super Mario 3D World doch mal genauer an. Das mit dem Level-Design mag ja stimmen, aber trotzdem kann das Spiel aufgrund der halbwegs festen Perspektive Nerven rauben. Da schätzt man die eigene Position falsch ein und springt in Gegnerreihen statt auf sie drauf oder an Plattformen vorbei und in den Abgrund. Die Übersicht geht viel zu oft flöten, und das war vor über sieben Jahren schon der Fall. Und überhaupt, wie oft man aus Versehen an den rechten Analogstick kommt und in ungünstigsten Momenten den Blickwinkel der Kamera ändert, ganz zu schweigen vom Katzen-Power-up. Wie dämlich sehen Mario, Luigi und Co. in diesen Katzen-Wonsies aus? Also, ich mag Katzen. Leben werden hinterhergeworfen, man findet ständig Power-Ups. Eine richtige Herausforderung ist das Spiel ja nicht. Moment, das stimmt so nicht. Gerade wenn man das Spiel mit allen Special Worlds durchspielen möchte, muss man sich echt ins Zeug legen. Und überhaupt, Super Mario 3D World ist nicht dasselbe Spiel wie damals. Da gibt's noch mehr. Also, jetzt reicht's aber. Sie sind ja vollkommen durchgeknallt. An Super Mario 3D World ist nichts neu. Gar nichts. Sie werden verrotten in diesem Loch. Wenn Sie Ihr Leben das Klo runterspülen wollen, meine Wege. Also, ich kann nix mehr für Sie tun. Gar nix. Ja, aber den Cooper-König, den gibt es wirklich. Fassen Sie doch die Augen auf. Die Wunsch des Cooper-Kriegs wird Ihnen den Weg zeigen. Ah! Au! Was für'n Unfug. Der Cooper-König wird Ihnen den Weg weisen. Hinschauen, hinschauen. Du musst nur hinschauen. So ein Quatsch. Hinschauen, woher hinschauen? Wo soll ich denn hinschauen? Wo soll ich denn hinschauen? Oh mein Gott! Bowsers Fury ist ja wirklich ein brandneues Bonus-Abenteuer. Dieses Mal scheint der gute Bowser Jr. die Hilfe des Ex-Klempners zu brauchen. Papa Bowser wird aus mysteriösen Gründen regelmäßig wütend, riesengroß und richtet Unheil an. Gut, die Story ist sogar für Mario-Verhältnisse etwas dürftig. Reicht aber aus, um dem Cooper-König ein weiteres Mal die Stirn zu bieten. Diese Erweiterung tritt nicht in die Fußstapfen von Super Mario 3D World, sondern steht auf eigenen, gigantischen, flauschigen Katzenbeinen. Das erkennt man v.a. daran, dass es hier eine freie Kamera gibt. Dadurch erinnert dieser Mario hier deutlich mehr an seine großen Kollegen aus Super Mario 64, Sunshine, Galaxy und Odyssey. Dreh- und Angelpunkt ist eine Reihe von kleineren Inseln, die nach Herzenslust ausgekundschaftet werden können. Hier warten verschiedenste Aufgaben darauf, gemeistert zu werden. Belohnt wird man mit Katzeninsignien. Diese müssen in traditioneller Mario-Manier gesammelt werden, um im Spiel voranzukommen. Was die Abwechslung angeht, lässt sich auch Bowsers Fury nicht lumpen. Zwar gibt es ein paar Erledigungen, die sich wiederholen. Dazu gehören u.a. die Schlüssel, die gefunden und zu Käfigen gebracht werden müssen, um dann ein Katzenabzeichen zu bekommen. Genauso wie kleinere Zeitrennen oder Kampfherausforderungen gegen verschiedene Gegner. Es gibt aber auch kreativere Abstecher. Hier muss man z.B. die Katzen-Piranha-Pflanzen füttern. Nett? Auch wenn die Karte zunächst einen großen Eindruck macht, die verschiedenen Inseln fallen meistens recht kompakt aus. Es gibt einfach zu viel Wasser. Das ist schade. Etwas mehr Landmasse wäre durchaus schön gewesen. Auch deshalb, weil die vorhandenen Inseln sich optisch nicht so stark voneinander unterscheiden. Die Spielwelt unterstreicht so den DLC-Charakter von Bowsers Fury. Wenn wir schon beim Thema Masse sind, im Trailer war die Erscheinung des kolossalen Wut-Bowsers beeindruckend. Fast schon wie der König der Monster Godzilla machte der Koopa-König eine bedrohliche Figur. Das ist auch eine coole Idee. Schließlich kann sich Mario ebenfalls dank der speziellen Giga-Glocke in eine riesige Katze verwandeln. So entsteht schon fast eine Art Kampf der Titanen, der an den ersten God of War-Teil erinnert. Das Problem an der Sache, die Giga-Glocke lässt sich nur dann einsammeln, wenn sich ausreichend Katzeninsignien im Besitz befinden, was nicht immer der Fall ist. Deswegen sind seine Wutanfälle oftmals einfach nur auszuhalten. Dummerweise rastet Wut-Bowser fast alle paar Minuten aus. Das führt dazu, dass sein anfangs bedrohliches Auftreten mit der Zeit eher nervt. Gerade dann, wenn Mario sich um eine Aufgabe kümmert. Dadurch gerät auch der Gameplay-Flow immer wieder ins Stocken. Die Wut Bowsers lässt sich auch ohne Giga-Katze zeitweise ersticken. Und zwar, wenn passenderweise eine Insignie eingesammelt wird. Davon gibt es ohnehin irre viele. Wer anfangs denkt, dass Bowsers Fury ein kurzes Intermezzo ist, hat nur zur Hälfte recht. Die Credits flimmern zwar durchaus nach ein paar Stunden über den Bildschirm, danach gibt es aber noch sehr viel mehr zu tun. Der Umfang kann sich sehen lassen. Wie Super Mario 3D World besitzt Bowsers Fury genauso eine Multiplayer-Komponente. Die fällt allerdings dürftiger aus. Anstatt dass ein weiterer Spieler als Luigi, Peach oder Toad ins Spielgeschehen eingreift, wird die Rolle von Bowser Junior übernommen. Der kann Münzen einsammeln und Gegner vermöbeln. Als KI-Unterstützung taugt er allemal, gerade weil sich der Hilfegrad in den Optionen einstellen lässt. Unter dem Koop-Gesichtspunkt lässt der Mini-Bowser in bester Mario-Tradition insgesamt jedoch etwas zu wünschen übrig. Puh, Bowsers Fury ist als Erweiterung eine gelungene Geschichte und wertet das Super Mario 3D World-Paket auf. Ob sich die Anschaffung lohnt, wenn man das Hauptspiel bereits in- und auswendig kennt? Das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Vielleicht nicht unbedingt zum Vollpreis. Aber vielleicht nicht zum Vollpreis heißt bei Nintendo ja warten bis zum Nimmerleinstag. Wem Super Mario 3D World damals auf der Nintendo Wii U durch die Lappen ging, der darf ohne schlechtes Gewissen zugreifen, denn ... Das ist ja wirklich ein fantastisches Jump'n'Run. Er hatte recht. Der verrückte Bastard hatte recht. Ich muss die Staatsanwaltschaft anrufen. Bist ja noch mal mit'n blauen Auge davongekommen, ne? Beim nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger. Ja, aber wenn Super Mario Galaxy 2 für die Switch kommt ... Ich geb den da eigentlich sich ab. Geh ich halt. Moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Seit dem Release von Cyberpunk 2077 scheinen die Mitarbeiter von CD Projekt Red kaum noch eine ruhige Minute zu haben. Beinahe wöchentlich gibt's neu hier aufs Botschaft und diese Woche ist da keine Ausnahme. Am Dienstag berichtete die Firma über Twitter, dass sich offenbar Hacker Zugänge zum Netzwerk der Firma verschaffen konnten. Dabei konnten die Angreifer nicht nur Firmen-Server verschlüsseln, Personal- und Buchhaltungsdaten stehlen, sondern entwendeten laut eigener Aussage auch den Quell-Code zu Cyberpunk 2077, Gwent und einer unveröffentlichten Version von The Witcher 3. In einem Erpresserschreiben drohten die Angreifer damit, sämtliche Daten zu veröffentlichen, sollte sich das Studio nicht bei ihnen melden. Auf Twitter gab CD Projekt Red bereits an, nicht mit den Erpressern zu kooperieren. Dass HBO eine Serie zu Naughty Dog's legendärem Survival-Adventure The Last of Us plant, ist bereits bekannt. Jetzt ist aber ein weiteres Detail bekannt geworden, das für so eine Serienadaption nicht ganz unwichtig ist. Und zwar die Besetzung. Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, sollen die Hauptfiguren Joel und Ellie von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert werden. Beide kennt man u.a.aus Game of Thrones, wo sie in den Rollen von Oberyn Martell und Leanna Mormont schon zu den Publikumslieblingen zählten. Darüber hinaus war Pascal auch als Mandalorian in der gleichnamigen Star-Wars-Serie in Anführungszeichen zu sehen und dürfte vielen auch aus Narcos bekannt sein. Mit Last of Us Mastermind Neil Druckmann und Craig Mason, dem Producer der hochdekorierten HBO-Serie Chernobyl, stehen auch schon die Showrunner fest. Einen Starttermin für die Last of Us-Serie gibt es noch nicht. Das war aber noch längst nicht alles. Schnallt euch an, denn jetzt kommt der Ticker. Aufgeschoben. Noch bevor die BlizzCon offiziell losgeht, bremste Blizzard die Vorfreude der Diablo- und Overwatch-Fans. Laut Videospiel-Journalisten Jeff Keighley teilte die Firma im Rahmen einer Konferenz mit, dass Overwatch 2 sowie Diablo 4 in diesem Jahr definitiv nicht mehr erscheinen werden. Abkassiert! Ubisoft feiert das bisher erfolgreichste Quartal seiner Firmengeschichte. Im Rahmen einer Investorenkonferenz teilte der Konzern mit, im vergangenen Quartal einen satten Umsatz von ca.965 Mio.Euro erwirtschaftet zu haben. Besonders Titel wie Assassin's Creed Valhalla und Just Dance sollen maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben. Nun will man v.a. den Free-to-Play- und Service-Games-Bereich stärken. Abgespeckt! Mit nur 40 Spielen im Store startete vergangene Woche die Beta von Steam in China. Die Plattform unterscheidet sich dabei von der uns bekannten Version in vielerlei Hinsicht. So fehlen u.a.sämtliche Community-Funktionen und alle Spiele, welche auf Steam China veröffentlicht werden sollen, müssen sich erst eine Lizenz der Regierung einholen. Laut Aussagen einiger Entwickler ist dies ein sehr aufwendiger und kostspieliger Prozess. Aufgehübscht! Der Hobbyentwickler Nikobass arbeitet derzeit an einem vollständigen Remake des zweiten Tomb Raider-Spiels. Der erste Level ist mit rund einer halben Stunde Spielzeit bereits vollständig spielbar und das Spiel soll nach Fertigstellung als kostenloser Download verfügbar sein. Ob das ambitionierte Fanprojekt aufgrund der uneindeutigen Rechtslage online bleiben wird, bleibt abzuwarten. Abgedriftet! Auf Reddit berichten aktuell Spieler und Spielerinnen vermehrt, dass auch der Controller der PlayStation 5 von Fehlfunktionen betroffen ist. Bereits wenige Tage nach dem Kauf der Konsole gab es Berichte über Probleme mit driftenden Analog-Sticks. In den USA wird sogar schon eine Sammelklage vorbereitet von derselben Agentur, die auch schon Nintendo wegen der fehlerhaften Joy-Cons der Switch verklagte. Ausverkauft! Seit Monaten ist der Preis für neue Grafikkarten auf einem Rekordhoch. Grund dafür sind laut der niederländischen Hardware-Website Alternet neben der Corona-Pandemie auch die schlechte Verfügbarkeit von Rohstoffen sowie ein temporärer Produktionsstopp in den Fabriken zum anstehenden chinesischen Neujahrsfest. Aufgrund der hohen Nachfrage erzielen aktuell sogar ältere, gebrauchte Grafikkarten auf Plattformen wie Ebay hohe Preise. Rust ist zwar immer noch der heiße Scheiß, die Konkurrenz schläft aber nicht und hat mittlerweile sogar die Spitze der Steam-Charts übernommen. Wellheim muss man sich im Prinzip ein bisschen wie eine große Open-World-Survival-Sandbox im Wikinger-Setting vorstellen. Wir konnten das Ganze schon ein paar Stunden spielen und sind ziemlich angetan von dem Early Access-Titel. Aber eins nach dem anderen. Wellheim ist seit dem 2. Februar im Early Access bei Steam und hat schon jetzt eine beachtliche Spielerschaft gesammelt. Alleine oder mit bis zu zehn Spielern gemeinsam online startet ihr survivaltypisch irgendwo um nichts einer prozedural generierten Welt. In seinen ersten Minuten spielt sich Wellheim noch wie die meisten anderen Survival-Sandbox-Games. Ihr sammelt mit den bloßen Fäusten Holz, Steine und Beeren, baut euch dann erste Werkzeuge und jagt Tiere. Soweit so bekannt. Dabei ist der Survival-Aspekt in Wellheim allerdings nicht das größte und tragendste Element. Klar, es ist wichtig, sich eine Hütte zum Schutz vor der Kälte zu bauen, aber ihr müsst z.B.nicht ständig Nahrung zu euch nehmen oder lauft Gefahr, plötzlich zu verhungern. Große Besonderheit bei Wellheim im Gegensatz zu anderen Sandbox-Games dieser Art ist, dass du für unterschiedliche Biome auch jeweils einen Bosskampf hast. Das bedeutet, du musst diese Bosse legen, um überhaupt, sag ich mal, im Spiel Fortschritte machen zu können. Diese Bosse droppen, wenn du sie besiegt hast, nämlich bestimmte Items, die es dir erst ermöglichen, wirklich in der Spielwelt voranzuschreiten. Die Rezepte sind überaus wichtig, denn ohne sie kommt ihr im Spiel nicht weiter und könnt z.B. keine stärkere Ausrüstung anfertigen. Zudem gibt es über die ganze Map verstreute Dungeons und Höhlen, die es zu erkunden gilt. Optisch wirkt der Titel auf den ersten Blick zwar wie aus der Zeit gefallen, jedoch kaschiert Wellheim mit seiner schönen und atmosphärischen Lichtstimmung immer wieder geschickt seine eher simpel gehaltene Grafik. Was das Kampfsystem angeht, so besteht es bisher nur aus einer Ausweichrolle, einem Block und zwei unterschiedlichen Angriffen und darf gerne noch ein wenig Tiefgang spendiert bekommen. Auch das Errichten von eigenen Gebäuden steuert sich teilweise noch etwas fummelig. Hier hoffen wir auf ein baldiges Update. Außerdem hat die Gegner-KI definitiv ihre Probleme, denn es braucht nicht mehr als einen kleinen Aussichtsturm, um sie völlig aus dem Konzept zu bringen. Ansonsten waren wir positiv überrascht, wie bugfrei das Spiel bereits läuft. Grade im Early Access keine Selbstverständlichkeit. Und vor allem, wie viel Bock das Ganze jetzt schon macht. Also ich sehe schon, dass das Ding auf jeden Fall Potenzial hat, gerade auch, weil du mit bis zu zehn Spielern das Ganze online im Koop spielen kannst. Du kannst auch ausstellen, dass du keinen PvP hast, sondern dass du ganz in Ruhe kooperativ zusammenarbeiten kannst. Das Wikinger-Setting ist auf jeden Fall was heraussticht und auch, dass die ganzen Random-Accounter durch verschiedene Monster, die die ganze Zeit über stattfinden, das Ganze auf jeden Fall beleben und hervorheben aus der Masse. Habt ihr Bock auf Wellheim oder seid ihr bereits von der Menge der bestehenden Survival-Sandbox-Games übersättigt? Schreibt mir bitte in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich für heute, euer Kogmeister. Little Nightmares dürfte 2017 viele Spieler überrascht haben. Nicht nur, weil das Spiel ein Überraschungshit war, sondern auch, weil es mehr Horror gab, als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Im zweiten Teil soll nun noch ein bisschen an der Schreckschraube gedreht werden. Denn Hauptfigur Six ist mittlerweile aus der Meeresstation des ersten Teils entkommen und muss sich ganz neuen Gefahren stellen. Genau wie Sebastian, der hat sich an das Spiel herangewagt und dabei seinen ganz eigenen Albtraum erlebt. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Das... das muss ein Albtraum sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Dieser schummrige, trostlose Wald war doch eben gerade noch mein Wohnzimmer. Warum bin ich hier? Und wo überhaupt ist dieses... hier? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass plötzlich alles und jeder meinen Tod will. Netzfallen, Bärenfallen, Käfige, sogar Baumstämme. Und wenn sie mich erwischen, geht es einfach wieder von vorn aus. Wieder und wieder und wieder. Ein Fehler gehört. Ich muss lernen, mit ihnen umzugehen. Sie auszutricksen. Zur Belohnung geht es an einen anderen Ort. Einer maroden, verwahrlosten Hütte. Herzlichen Glückwunsch. Sollte das hier wirklich kein Albtraum sein, dann ist es zumindest perfektes Futter für einen. Plötzlich ist da aber diese Melodie. Ich kenne sie. Sie gehört zu diesem Mädchen mit der Spieluhr. Ich nehme mir die Axt aus dem nahegelegenen Werkraum und befreie sie. Zumindest denke ich, dass ich das getan habe. So richtig dankbar ist sie dafür aber auf jeden Fall nicht. Als ich sie einhole, wird schnell klar, dass wir nur zusammen weiterkommen. Hier zum Beispiel. Ich halte mich an diesem Ding fest, von dem ich gar nicht genau wissen will, was es ist, während sie mich per Seilzug in Schlüsselreichweite hebt. Wir schlagen uns ganz gut. Vielleicht haben wir sogar eine ernsthafte Chance, dieses was und wo auch immer heil zu verlassen. Wenn da nur nicht er wäre. Er schießt immer und immer wieder auf uns. Ich weiß nicht, wohin ich laufen soll. Es scheint einfach kein Entkommen zu geben. Kein Entkommen. Kein Entkommen. Kein Entkommen. Kein Entkommen. Kein Entkommen. Schon wieder hier. Zu zweit. Und auch mit ihm. War ja klar. Zeit für einen Strategiewechsel. Verstecken und schleichen. Zumindest wenn es geht. Und in diesem schmodrigen Morast geht das gut. Immer schön außer Sichtweite bleiben. Im Schein der Taschenlampe ausweichen. Deckung suchen. In einem letzten Sprint schaffen wir es in eine Hütte. Über die Hütte an einen Strand. Und hier endlich in die Freiheit. Ruhe. Die Stille ist schon fast berauschend. Noch viel mehr aber. Das. Eine Stadt aus wogenden Fassaden. Im Vergleich zu mir. Wie alles hier. Riesig. Bedrohlich. Aber keine Zeit den Anblick zu bewundern. Wir bahnen uns im Teamwork. Einen Weg durch ein verfallenes Haus. Anscheinend gibt es hier keine Bewohner mehr. Nur diesen Fernseher. Dieses Signal. Mein Kopf fühlt sich so an, als würde gleich platzen. Aber es hat recht. Willst du abonnieren? Lopper nicht vergessen. Weiter. Aus dem Fenster. Durch einen Zaun. Zu einer Schule. Wieder so. Unglaublich einladend. Sie begrüßt mich mit verschlossenen Türen und Sackgassen. Um die zu öffnen, muss ich kleine Rätsel lösen. Schachfiguren ordnen. Bilder von der Wand reißen. Mein Hirn benutzen. Oder zumindest irgendeins, das da gerade rumliegt. Und dann sind da diese tollwütigen Marionetten plagen. Schleichen komme ich an denen nicht vorbei. Also muss der Hammer helfen. Und der wird jetzt öfter verlangt. Aber weil der sich schwingt wie ein Zentner Blei, ist das gar nicht so einfach. Und Abstände sind auch kaum einschätzbar. Ich verfehle. Und verfehle. Und verfehle. Verzweifle. Ich bin doch nicht raus. Ich bin doch nicht raus. klar schon wieder hier auch wenn hier ein dehnbarer begriff zu sein scheint jetzt ist hier die stadt im schein von rauschenden fernsehern unheimliche bewohner wie hypnotisiert klingt komisch aber ich kann es irgendwie verstehen sehr seltsame albtraum hat irgendwas erst unheimlich und trostlos ja irgendwie auch atemberaubend noch dazu diese musik die musik die mal lieblich mal drohen durch die gassen und räume halt sogar die schrecken die mir folgen unaussprechlich sie auch sein mögen irgendwie kann ich mein blick nicht abwenden es ist frustrierend immer wieder zurückgeworfen zu werden ja alles andere ist mindestens dreimal so faszinierend dass ich das locker weg stecke nicht zuletzt wegen meiner stunden begleiter zusammen bringen wir licht in diese endlose dunkelheit anstatt abgeschreckt zu sein bin ich sogar neugierig auf das was da noch so in der dunkelheit auf mich wartet ich glaube ich habe meinen frieden mit diesem albtraum geschlossen ein Untertitelung. BR 2018 So, das war's für diese Woche mit Game Two. Die Sendung ist vorbei. Ähnlich wie der Hype um die GameStop-Aktie. Und auch wir gehen jetzt wieder zurück in den Keller. Und falls ihr keine Ahnung habt, wovon wir hier gerade reden, dann schaut euch gerne das Video von Walulis dazu an. Wir haben das Ganze sehr treffend erklärt. Bis dahin, wiederschauen, reingauen.